Und Sie, wie heißt Sie? Ich heiße Ursula Puttkammer, Heilmeinführer. Das können Sie ruhig verklassen, Kind. Sagen Sie mir ganz einfach, woher Sie kommen. Aus Frankfurt am Main, mein Führer. Ich bin Johanna Puttowski. Ich bin geborene Berlinerin. Um mit genau zu sagen, Original aus Pankow. Hedwig Brandt aus Kreilsheim, Schwaben. Und wie heißen Sie? Ich heiße Rodl Hums. Ich komme aus München. Eine Münchnerin. Aha. Tja, Frau Hums. Da wollen wir mal. Meine Brandi tut Ihnen nichts. Sie hat einen ausgesprochen scharfen Verstand. Überhaupt. Überhaupt ist Sie viel klüger als die Menschen. Jetzt machen Sie es sich erst einmal bequem. Sie brauchen gar nicht aufgeregt zu sein. Ich mache bei meinen Diktaten selber so viele Fehler. So viele können Sie unmöglich machen. Sie sind noch sehr jung. Wer alt sind Sie denn? 22, mein Führer. Meine deutschen Volksgenossen und Genossinnen und Parteigenossen. Es ist, glaube ich, etwas Seltenes, wenn ein Mann nach rund 20 Jahren vor seine alte Anhängerschaft hintreten kann und dabei in diesen 20 Jahren an seinem Programm keinerlei Änderungen vorzunehmen brauchte. Ich würde sagen, das probieren wir gleich nochmal. Ich habe es geschafft. Er hat mich engagiert. Oh mein Gott.